Quant ist in den letzten Tagen ja massiv angestiegen, doch jetzt fällt der Preis auf einmal wieder. Wir stellen uns natürlich einmal die Frage, warum das genau passiert und werden dies natürlich auch begründen. Und wir gucken uns anschließend noch einige sehr spannende Releases von Cedify an. Bleibt also gerne bis zum Ende des Videos dran. Springen wir direkt in das allererste Thema und zwar geht es vor allem um Quant und warum der QNT-Token um knapp 450% steigen konnte. Nun aber gerade wieder fällt. Wichtig ist dabei aber zu beachten, dass du rein gar nichts verpasst hast. Es ist nicht schlimm, dass der Preis fällt und es ist auch nicht super positiv und du solltest unbedingt investieren, wenn der Preis ansteigt. Deswegen rational diese ganze Situation betrachten und genau darum soll es in diesem Video auch gehen. Wichtig ist erstmal zu verstehen, dass es natürlich einige On-Chain-Indikatoren gibt. Es gibt technische Daten, alle möglichen Dinge, die sich also auswirken. Und was wir hier schon mal mitbekommen haben, ist, dass wir mit dem Anstieg eine unglaublich starke Anzahl an täglichen aktiven Adressen gesehen haben, sogenannte DAAs. Und diese Anzahl ist in der letzten Zeit wieder rückläufig gewesen. Wir haben also am 17. Oktober ein All-Time-High hier von 10.949 aktiven Adressen gesehen und sind dadurch im Vergleich zu vor vier Monaten von 5.850, also auf diesen unglaublich hohen Wert hier angestiegen. Nun sieht das Ganze aber wieder rückläufig aus, denn in den letzten zwei Tagen sind wir hier wieder Richtung 6.800 aktive Adressen zurückgefallen, die täglich also unterwegs waren und das bedeutete eben auch, dass wir hier einen Preisrückgang von 25,5% gesehen haben und aktuell sehen wir eben auch einen Preis von ungefähr 175 US-Dollar. Das Ganze wird natürlich in dieser Grafik hier nochmal wunderbar dargestellt. Ein kontinuierlicher Anstieg und nun eben auch ein leichter Rücksetzer. Das ist aber auch gar nicht das Schlimme. Es ist sowieso nicht schlimm an der aktuellen Situation. Wir sehen aber auch, dass immer mehr Wale angefangen haben, ihre Bestände zum Teil wieder abzustoßen. Das kann ein temporärer Effekt sein, weil zum Beispiel Gewinne realisiert worden sind bzw. realisiert werden sollten. Heißt also, Wale werden grundsätzlich ab dem Zeitpunkt definiert, ab dem man insgesamt 100 QNT bis 1000 QNT hat bzw. darüber hinweg natürlich auch. Aber alleine diese werden eben von Sentiment hier schon als Wale deklariert. Und in den letzten Wochen haben wir einen kontinuierlichen Anstieg gesehen. Also es gab immer mehr Adressen, die also in dem Fall 100 bis 1000 QNT hatten, genauso wie zum Beispiel die Adressen, die 1000 bis 10.000 QNT hatten. Und nun ist es so, dass wir also hier auch wieder ein wenig rückläufige Zahlen sehen. Heißt also, die Wale haben angefangen kontinuierlich nun ihre Bestände abzustoßen. Aber auch das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist eine kurze Marktphase, die wir hier gerade betrachten, die vielleicht den einen oder anderen nun nervös werden lässt. Aber das ist natürlich die komplett falsche Haltung in der Situation. Wir wissen, dass wir in den letzten Wochen und Monaten wunderbare Anstiege sehen konnten. Hier wieder einen wunderbaren Höchstwert von 219 Dollar erreicht haben und nun eben auf 175 Dollar zurückgefallen sind. Aber das ist natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das Potenzial hinter Quant ist immens. Und ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß das mit Sicherheit. Denn wir haben zum Beispiel eine Circulation Supply von lediglich 12 Millionen QNT und es gab sogar auf Twitter von allen möglichen Influencern, Finfluencern und Leuten, die sich allgemein mit dem Thema Quant beschäftigt haben, sogar Meldungen, dass also zum Beispiel keine Bestände mehr auf verschiedenen Exchanges gekauft werden konnten. Das hat also schon mal einiges an Bewegung bedeutet. Es gab nämlich das Gefühl von FOMO, Fear of Missing Out. Und das ist natürlich ein gefährliches Gefühl, weil man dann schnell dazu versucht ist, blind in einen Coin oder in einen Token zu investieren. Und davon würde ich jedem abraten. Man sollte sich intensiv mit dem jeweiligen Projekt beschäftigen und basierend auf den eigenen Erkenntnissen und dem möglichen Potenzial, also Kauf- oder Verkaufsentscheidungen eben treffen. Und genau das ist bei mir persönlich ja schon passiert. Denn Quant selber ist die Kryptowährung, die tatsächlich den größten prozentualen Anteil in meinem Portfolio ausmacht. Und das heißt natürlich etwas. Denn ich habe mich damit intensiv beschäftigt und es gibt unendlich viele Faktoren und Gründe, warum Quant aus meiner Sicht auch zukünftig extrem viel Potenzial haben wird. Und warum zum Beispiel das All-Time-High von rund 400 US-Dollar nur der Anfang war. Aber das ist nur meine persönliche Sichtweise zu dieser Geschichte. Ich denke, dass in Zukunft vier- oder sogar fünfstellige Summen durchaus realistisch sind. Natürlich muss dafür extrem viel passieren. Auch die Marktlage muss sich grundsätzlich wieder verändern und bullisch aussehen. Es gibt also einen weiten Weg, den wir noch vor uns haben. Dennoch ist Quant eine super spannende Kryptowährung, mit der man sich einfach mal beschäftigt haben muss. Und deswegen ist auch so ein Rückgang von 25% oder aktuell in den letzten 24 Stunden von 11% überhaupt nichts Schlimmes. Und ich denke, das sollte die Kernaussage bei dieser ganzen Thematik sein. Gucken wir uns das Thema Cedify an. Wie du in der Vergangenheit schon mitbekommen hast, habe ich mir das ein oder andere Mal schon Cedify und Projekte, die hier gelauncht worden sind, angeguckt. Denn Cedify hat ja einen eigenen Launchpad-Bereich, wo verschiedene Spiele und andere Projekte gelauncht werden. Also gibt es hier quasi Synergieeffekte zwischen Cedify und den entsprechenden Gaming-Publishern, die also verschiedene Spiele auf den Markt bringen wollen. Und Gaming ist nun mal ein Wachstumsmarkt. Und sie haben sich nun dazu entschieden, nachdem sie ja auch den Launch ihres eigenen Coins hatten und immer weiter neue Dinge implementiert haben, nun eben auch den nächsten Schritt zu wagen. Und zwar wollen sie im Metaverse und im NFT-Sektor nun ebenfalls Fuß fassen. Und das finde ich zum Beispiel extrem spannend. Sie haben durch den SNFTS-Launch einen wirklich wunderbaren und vulminösen Start hingelegt. Wir haben hier einmal 60 gesehen innerhalb kürzester Zeit. Das ist natürlich nur die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Und die Avatare selber, beziehungsweise NFTs, die nun kommen sollen, die wurden zum einen natürlich auf 10.000 limitiert. Man kann von NFTs halten, was man möchte. Es ist aber nun mal etwas, was in Zukunft noch deutlich relevanter wird. Vor allem in dem Moment, wo es eben Utility für diese NFTs gibt. Klar, wenn es einfach nur irgendein Bildchen quasi ist, dann kann man das sicherlich getrost sein lassen. Aber in dem Moment, wo es eben Utility gibt, gibt es eben auch eine Daseinsberechtigung für NFTs. Und das versuchen sie eben auch abzudecken. Es soll nun also einen weiteren Snapshot geben, eigentlich am 26. Oktober. Und dafür muss man natürlich auch einige Dinge getan haben, um daran partizipieren zu können. Zum Beispiel 500.000 SNFTS staken oder 250.000 SNFTS mit dem Paar S-Fund. Also hier zum Beispiel beim Farming-Bereich mit einpflegen. Und ja, insgesamt werden in dieser ersten Runde 4.500 NFTs rausgegeben an alle, die eben an diesem ganzen Thema partizipieren. Der nächste Snapshot, der wird dann natürlich auch nochmal announced und soll dann eben auch durchgeführt werden. Eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, wie ich finde. Und ja, Cedify hat sich sowieso in den letzten Monaten immer weiter zu einer ziemlich führenden Marke eben in diesem Bereich Launch von verschiedenen Projekten eben herauskristallisiert. Und es gibt hier natürlich auch nochmal weitere Dinge, die man sich eben angucken kann, wie zum Beispiel auch die aktive Mitgestaltung beziehungsweise das aktive Nutzen von dem Cedify NFT Launchpad, um eben daran zu partizipieren. Und es gibt ansonsten natürlich auch die Möglichkeit, wenn man irgendwie als Professional Gamer unterwegs ist oder als Partner von irgendwelchen Projekten und so weiter, sich ebenfalls über eine Liste zu qualifizieren. Egal, wo wir also hinblicken, es gibt ja also eine Menge Möglichkeiten, die da mit einhergehen. Und ja, die Sachen, die gerade hier so publiziert werden, also die ganzen Vorschaubilder und so weiter, die sehen auch extrem spannend aus. Die Idee ist also ganz klar und eindeutig, nun in Zukunft nicht nur diese NFTs natürlich zu launchen, das wäre zu lame. Sondern vielmehr eben ein eigenes Spiel herauszubringen und das Ganze natürlich mit einer Synergie von Metaverse und 3D-Gaming-Elementen und Avataren und so weiter zu verbinden. Finde ich ziemlich spannend, um ehrlich zu sein und ich werde dich diesbezüglich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Solltest du am Ende noch einige Fragen zu Cedify haben, kannst du natürlich gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung mal auf Cedify vorbeigucken. Solltest du sonst noch irgendwelche Fragen zu dem Projekt haben, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und natürlich würde ich mich auch direkt über deine Meinung zu dem Thema Q&T freuen. Vor allem, wo du dann eigentlich die Reise von Q&T so in der Zukunft siehst. Was wird noch passieren und welches Potenzial hat Q&T aus deiner Sicht eigentlich? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Sollte es so gewesen sein, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn du morgen auch wieder dabei bist. Ich wünsche dir erstmal noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann morgen wieder.